Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, gerade von der Wanderung zurückgekommen, war sehr, sehr nett. Wir waren ungefähr zehn in der Gruppe. Wir haben vereinbart, halt keine Aufnahmen, das passt so. Und ich wollte nur sagen, circa nach 16 Uhr haben sie auch hier bei uns jetzt begonnen mit ihren Überflügen. Allerdings haben sie uns davor in Ruhe gelassen. Erst relativ spät haben wir welche gesehen. Und hier sieht man, wie diesig es in Wahrheit ist, obwohl der Himmel sehr, sehr blau wird. Ja, ist ja gut. Da hat eine Krähe irgendwas daran auszusetzen. Vielleicht ist es ja ihr Schlafbaum, ich weiß es nicht. Gut, das war's. Ich bin hier Endstation vom 60er. Und am Dienstag, wenn du mitkommen möchtest, geht es dann hier hinunter und entlang der Leasing sehr, sehr flach und sehr, sehr, ja, eine ruhige Strecke. Und natürlich schattig. Wobei wir heute auch hauptsächlich im Schatten geblieben sind. Wir sind ein bisschen auf Abwägen gegangen, wo es eben schön schattig war. Gut, das war's von mir. Ende. Nein, ist ja gut. Gut, das war's von mir.